Die SWM Magdeburg begrüßen den Wegfall der Gasumlage. Alle KundInnen, denen die Preiserhöhung einschließlich der Beschaffungsumlage fristgerecht angekündigt wurde, brauchen sich nicht zu sorgen. Diese berechnet die SWM nicht. Das betrifft alle Verträge der Grundversorgung SWM Erdgas Basis sowie wenige Verträge mit Preisänderungsdatum ab dem 17.10.2022. Auch den gesenkten Mehrwertsteuersatz von 7% für Erdgas und die Fernwärme wolle die SWM anwenden. Der Bundestag beschloss am Freitag, den 30. September, dass der Steuersatz von 19 auf 7% gesenkt wird. Das soll vom Oktober 2022 bis Ende März 2024 gelten. Wie die SWM Magdeburg die angekündigten weiteren Entlastungen der Gaspreis- und Strompreisbremse umsetzt, hängt von den jeweiligen weiteren Vorgaben des Bundes ab. Der finanzielle Abwehrschirm, den Bundeskanzler Olaf Scholz am Donnerstag den 29. September 2022 verkündet hat, enthält noch keine Umsetzungsvorgaben.